Hallo ihr Lieben, zu einem neuen Lesevlog von mir. Ich dachte mir, ich starte mit einem Lesevlog mal wieder, auch wenn ich die nächsten zwei Wochen eigentlich überhaupt keine Zeit habe zum Lesen. Höchstens mal abends für eine halbe Stunde oder so und halt sonntags. Aber ich war jetzt drei Wochen nicht auf der Arbeit, weil ich zweieinhalb Wochen im Urlaub war und noch ein paar Tage in Quarantäne. Deswegen kam es jetzt auf volle drei Wochen, die ich nicht da war. Und in der Zeit sind 14 neue Bücher für mich angekommen. Ich freue mich wahnsinnig. Also ich habe mich halt wie so ein kleines Kind gefreut, alle meine Bücher mit nach Hause zu nehmen und an meinem ersten Tag so anzukommen, um meine ganzen Bücher zu kriegen. Und ja, ich dachte mir, weil da so coole Sachen dabei sind, will ich jetzt unbedingt was davon anfangen. Und es ist ja eigentlich eine coole Idee für einen Lesevlog. Deswegen habe ich den jetzt gestartet. Ich zeige euch erstmal die ganzen Bücher, mit denen ich heute nach Hause gekommen bin. Und ja, das wird auf jeden Fall wieder ein XXL-Neuzugänge-Video werden für die nächsten Monate. Aber ja, so ist das. Und ja, ich zeige euch auch, worauf ich mich am meisten freue, was ich jetzt, denke ich, mal lesen werde. Ich kann mich überhaupt nicht entscheiden, was ich jetzt lesen will. Wir haben halt auch schon wieder Samstagnachmittag und ich bin jetzt gerade auch erst nach Hause gekommen. Deswegen habe ich jetzt nicht mehr so viel Zeit heute, obwohl der Tag ist noch lang. Ich zeige euch erstmal, was alles angekommen ist. Und ja, ich habe alles hier ausgebreitet. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn Bücher. Meine Schlappen stehen da auch noch. Aber wir haben hier eine bunte Mischung aus Mangas. Dann haben wir hier Conny, worauf ich mich auch so, so wahnsinnig freue. Also das ist der siebente Band mittlerweile. Conny für Jugendliche. Hat jetzt, glaube ich, zwei Jahre gedauert. Letztes Jahr kam keiner. Deswegen freue ich mich da auch richtig drauf. Und worauf ich mich auch wahnsinnig freue, ist We Were Liars. Das kam jetzt nochmal als neue Auflage raus. Und die alte war auch längst schon vergriffen. Und hier freue ich mich richtig drauf. Ich werde das schon so lange lesen. Und ich habe da halt auch schon so viel drüber gehört. Deswegen richtig cool. Hier freue ich mich auch wahnsinnig drauf. Das ist der zweite Teil von The Inheritance Games. Richtig cool. Da freue ich mich auch schon drauf. Ich weiß nicht, was ich lesen soll. Das kam endlich als Taschenbuch raus. Wie Monde so silbern. City Spice kam als Taschenbuch raus. Dann kam jetzt dieses ganz frisch raus. Das sollte eigentlich erst nächste Woche erscheinen. Aber es kam heute schon. Tokyo Ever After Prinzessin auf Probe. Das wird, glaube ich, eine Reihe, soweit ich weiß. Dann haben wir noch das hier. Das soll auch richtig krass sein. Nichts wird wie vorher sein. Da geht es irgendwie um so einen Amoklauf, glaube ich. Auf so einem Festival. Also bin ich auch schon richtig gespannt. Das ist der zweite Band von Katja Brandes Delphine Team. Freue ich mich auch schon wahnsinnig drauf. Das kam jetzt auch nochmal als Neuerscheinung raus. Das hier klingt auch richtig lustig. Das wäre eigentlich auch so ein typisches Urlaubsbuch. Da geht noch mehr. Freue ich mich auch schon drauf. Und dann haben wir hier noch zwei Leseexemplare, wo ich auch mal sehr gespannt bin. Einmal das hier klang auch sehr, 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 sehr lustig. CBT mag ich auch immer ganz gerne. Und das hier ist von Peeper, Tiger Soul. Ich bin mal gespannt, ob das was für mich ist. Weil es ist, glaube ich, so eine Art New Adult Fantasy. Ich bin mal gespannt. Und ja, wie gesagt, ein paar Mangas haben wir noch. Das hier ist der erste Band. Das heißt Zombie, Tide, Dö, Dö, Dö. The Vote, den fünften Band, Play It Cool Guys 2. Und da die Einleitung jetzt schon zu lange ging, werde ich mir jetzt endlich erstmal ein Buch raussuchen, was ich jetzt lesen werde in meinem Vlog hier. Ich glaube wirklich, ich fange mit dem an. Und dem. Und Conny erwartet mich auch schon ewig. Ich wollte das so gern mit denen in den Urlaub nehmen, aber es kam ein paar Tage später erst. Deswegen, ja, freue ich mich schon so richtig drauf. Ich denke mal, es werden die drei. Aber mal schauen. Ich melde mich wieder, wenn ich mich für eins entschieden habe. So, ich habe mich jetzt für ein Buch entschieden. Auch wenn ich wahrscheinlich heute nicht mehr viel zum Lesen komme. Aber ich habe mich jetzt für dieses Buch entschieden. Und zwar von E. LeCardt, We Were Liars, Solange Wir Lügen. Das gab es schon vor ewiger Zeit mal. Und da hieß es halt auch bloß, Solange Wir Lügen. Und das war dann auch schon irgendwann vergriffen. Und ich wollte mir das immer gebraucht kaufen. Gab es aber irgendwie auch nicht mal günstig irgendwo noch gebraucht. Und jetzt haben sie es eben neu aufgelegt. Denn es kommt auch im Oktober oder November kommt noch ein zweiter Band raus. Und zwar Family of Liars, die Pore-Geschichte. Ich glaube, die ist wirklich ganz neu, soweit ich informiert bin. Und ich freue mich jetzt wahnsinnig auf dieses Buch. Oh mein Gott, ich habe schon so viel darüber gehört. Ich habe so total Gutes darüber gehört und total Schlechtes. Also ich weiß auch nicht. Dieses Buch ist glaube ich so eins, entweder man liebt es oder man hasst es. Und ja, angeblich soll es hier sehr, sehr viele Plot-Twists immer zwischendurch geben. Und wenn ich mir das ja alles so angucke, wundert es mich nicht, dass die Leute das so schnell durch haben. Denn die Kapitel sind so, so kurz und teilweise, ja wie gesagt, auch bloß eine Seite. Und die Schrift ist halt auch mega groß und teilweise wirklich hier bloß so nicht mal die ganze Seite ausfüllend. Deswegen denke ich mal, dass ich hier schnell durch bin. Ach, ich freue mich da jetzt so wahnsinnig drauf. Und wir lesen das jetzt endlich mal zusammen durch. Ich habe das jetzt schon ewig nicht mehr hier hinten drauf gelesen. Beziehungsweise einfach den Klappentext irgendwo gelesen. Deswegen lesen wir das jetzt mal zusammen. Hier gibt es auch noch einen Inklam-Text. Aber wir fangen mal hier hinten an. Und ich lese euch das mal vor, weil ich möchte das auch nochmal lesen. Die Wahrheit kann schmerzen, aber Lügen können alles zerstören. Candice Sinclair Eastman weiß, dass ihre Familie etwas vor ihr verbirgt. Die Sinclairs sind wohlhabend, attraktiv und einflussreich. Und sie lügen. Jeden Sommer verbringen sie auf ihrer Privatinsel mit den luxuriösen Häusern auf windumtosten Klippen von der Küste Massachusetts. Ich kann diesen Ort nicht aussprechen. Doch vor zwei Jahren ist etwas passiert, woran sich Candice nicht erinnern kann und worüber niemand mit ihr spricht. Weder Mirren und Johnny. Noch Gett, der Außenseiter, der Candice auf eine Weise berührt hat, die ihr den Atem raubt und der seit zwei Jahren auf keine ihrer Nachrichten reagiert. Klingt auf jeden Fall echt spannend. Wir fangen jetzt an zu lesen. Hier ist noch eine Karte drin. Finde ich auch sehr, sehr cool, wenn man sich das dann nochmal besser vorstellen kann. Und dann fangen wir jetzt an mit Teil 1. Herzlich Willkommen. Und ich bin so gespannt. Ich freue mich so. Ich war schon lange nicht mehr so gehypt auf ein Buch. So, ich habe gestern, also wir haben heute Sonntag und ich habe gestern noch mit dem Buch angefangen. Bin aber noch nicht weit gekommen. Ich habe bloß abends noch 38 Seiten gelesen und ich habe gerade meine Haare gewaschen. Deswegen sehen die noch ein bisschen nass und struppig aus. Aber ich wollte ein kurzes Update geben. Wie gesagt, ich habe wirklich erst 38 Seiten gelesen. Muss aber ehrlich gestehen, dass mir der Einstieg ein bisschen schwer fiel. Weil jetzt gerade am Anfang ist es ja logisch, dass man jeden so kennenlernt. Aber da sind so viele Namen gefallen, dass ich immer total verwirrt war und vorne auf diese Karte hier gucken musste. Hier ist ja diese Karte aufgezeichnet von dieser Insel eben. Und wo wer wohnt. Und das ist ja quasi eine große Familie, soweit ich das verstanden habe. Aber jede, ich glaube, jede Tochter von diesen Sinclairs hat ja schon wieder ihre eigene Familie. So habe ich es, glaube ich, verstanden. Und die wohnen halt eben in den verschiedenen Häusern mit ihrer eigenen Familie. Und da gehören dann halt eben nochmal Kinder dazu. Und Hunde gehören auch noch dazu. Und dann sind so viele Namen immer aufgetaucht, dass ich jedes Mal, wenn ich einen Namen gelesen habe, erst mal hier vorne gucken musste, zu wem das gehört, damit ich das zuordnen kann. Da fiel mir, wie gesagt, der Einstieg so ein bisschen schwer. Aber ich denke mal, ich habe es jetzt mittlerweile geschnallt. Und werde dann jetzt weiterlesen und freue mich auch drauf. Und bis jetzt ist halt eben noch nichts passiert. Es wurde erst mal so gefühlt jeder Sommer ganz kurz beschrieben. Und wie sie Jugendlichen sich halt als kleine Kinder schon kennengelernt haben. Und wir kommen jetzt auch langsam zu dem Punkt, wo es zu dem Sommer jetzt geht, glaube ich. Und ja, da werde ich jetzt auf jeden Fall weiterlesen. Ich dachte, ich gebe mal wieder ein kurzes Lese-Update. Ich saß jetzt eine Weile draußen in der Sonne im Garten und habe gelesen und bin jetzt auf Seite 172. Also ungefähr so die Hälfte. Und wir sind jetzt eben mittlerweile schon längst wieder in dem aktuellen Sommer angekommen. Man hat vorher eben so ein bisschen gelesen, was die Jahre zuvor passiert ist. Aber wirklich bloß kurz und bündig. Und dann eben zu dem, dass da vor zwei Jahren eben was passiert ist. Aber man weiß ja eben nicht, was. Das steht ja auch hinten auf dem Text hier drauf. Und jetzt ist Cadence, ich glaube, ich habe aber Candence gesagt, aber hier steht ohne N dazwischen Cadence. Ich habe keine Ahnung, wie sie eigentlich ausgesprochen wird. Und jetzt ist sie halt eben wieder dort und ist zurückgekommen auf die Insel und versuchte eben herauszufinden, was damals passiert ist. Bis jetzt ist ehrlich gesagt auch noch nicht wirklich viel passiert, muss ich sagen. Also dafür, dass ich jetzt die Hälfte des Buches gelesen habe, ist jetzt noch nicht so krass viel passiert. Aber trotzdem lässt es sich schnell lesen, weil eben die Kapitel so unfassbar kurz sind und auch nicht viel Text oder lange große Texte. Deswegen bin ich da relativ schnell durch. Aber wie gesagt, bis jetzt ist noch nicht ultra was Spannendes passiert oder so. Aber ich werde jetzt auf jeden Fall weiterlesen. Ich hoffe, dass ich es heute noch schaffen werde. Wir haben es jetzt, glaube ich, halb vier. Und jetzt werde ich erst mal noch weiterlesen. Leute, ich bin gerade schockiert. Ich bin jetzt ja gerade fast am Ende vom Buch und das sind verschiedene Teile aufgeteilt. Teile 1 bis 5, glaube ich. Ich weiß nicht, ob es noch einen sechsten Teil gibt. Keine Ahnung. Und ja, was soll ich sagen? Ich bin gerade total schockiert. Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Also ja, das wollte ich nochmal so als Zwischen-Update geben. Aber ich war gerade so, what the fuck? Ja, damit habe ich nicht gerechnet, ehrlich gesagt. Und jetzt werde ich weiterlesen, weil ich will unbedingt wissen, wie es zu Ende geht. So, ich habe dieses Buch jetzt beendet. Ich setze mich mal hier hin, dann kann ich besser reden. Und ja, ich muss auf jeden Fall sagen, dass es mir wirklich noch sehr, sehr gut gefallen hat. Also, das letzte Drittel war wirklich richtig gut. Wie gesagt, ich war, das habt ihr ja einmal gesehen, total schockiert, was ich gelesen habe, weil ich damit überhaupt nicht gerechnet habe. Und ja, mochte es jetzt auf jeden Fall sehr, sehr gerne. Ich verstehe jetzt halt quasi auch, warum man am Anfang so viel halt, ich sage mal nicht langweilig, sondern es hat sich so ein bisschen gezogen. Man hatte immer schon so ein paar kleine, eigentlich hatte man keine Andeutungen, ob das, aber ich verstehe schon, dass es quasi darauf aufgebaut hat, so auch das, was man dann eben in diesem letzten Drittel liest. Und ja, wie gesagt, mochte ich jetzt wirklich sehr, sehr gerne und war wirklich überrascht. Und ja, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Hat man auch, wie gesagt, sehr, sehr schnell durch. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall am Ende des Jahres, ich weiß nicht, ob es Oktober oder November war, da kommt nämlich Family of Liars raus, wie wir Lügner wurden. Und zwar ist das die Vorgeschichte dieses Buches. Und soweit ich weiß, ist diese Vorgeschichte auch wirklich eine komplette Neuerscheinung. Und da bin ich auf jeden Fall schon gespannt. Ich werde es mir morgen gleich mal vorbestellen. und freue mich da auch schon wahnsinnig drauf jetzt. Und bin da echt gespannt, was da noch kommt. Und ja, also mochte ich sehr, sehr gerne. Jetzt überlege ich, womit ich jetzt anfange, ob ich, wenn wir jetzt Sonntagabend, ich werde jetzt die Woche über sowieso nicht groß zum Lesen kommen, ich überlege, ob ich jetzt mit Conny anfange. Das ist nicht so schlimm, wenn ich immer mal eben so ein paar Pausen habe. Oder mit dem zweiten Band von Inheritance Games. Da freue ich mich auch schon wahnsinnig drauf. Ich hatte das in irgendeinem Lesevlog, hatte ich mal den ersten Teil gelesen. Und war ja am Anfang nicht so begeistert, weil ich den Anfang relativ langweilig fand. Aber dann, nach dem ersten Viertel, würde ich sagen, oder nach dem ersten Drittel, nennt man das so, wurde es dann echt krass spannend. Und dann habe ich das ja durchweg gelesen. Und ich habe auch schon einiges wieder vergessen. Ich habe mir zwar viele Notizen dazu gemacht, das mache ich öfters, damit ich halt eben nichts vergesse. Aber ich muss da auch, glaube ich, nochmal hinten rein blättern, weil da kam dann auf einmal noch so viel ans Licht, dass ich dann gedacht habe, das muss ich mir alles merken. Und deswegen will ich eigentlich jetzt den zweiten Band lesen, damit ich nicht noch mehr vergesse. Und da kommt, glaube ich, auch im November der dritte und letzte Band, soweit ich weiß. Und ich denke mal, da komme ich auch relativ schnell durch, weil das auch immer sehr kurze Kapitel sind, was ich auch immer sehr mochte. Und ich glaube, deswegen wird es doch in Harrytans Games, wenn ich jetzt schon so viel darüber rede. Ich dachte mir, ich gebe euch mal wieder ein Lese-Update. Es ist unfassbar heiß bei uns, deswegen habe ich mich nicht gemeldet. Aber ich war auch die letzten Tage, also wir haben heute Donnerstag und ich war jetzt wirklich die vier Tage immer von früh bis abends auf der Arbeit und hatte halt einfach nur abends mal so eine halbe Stunde bis eine Stunde Zeit zu lesen. Deswegen bin ich auch nicht groß vorangekommen, aber ich weiß gar nicht, wo ich das letzte Mal euch geupdatet habe, aber ich habe mich für den zweiten Band von Harrytans Games entschieden und den angefangen zu lesen. Ich kann euch jetzt natürlich nicht sagen, um was es hier direkt geht, das würde spoilern, aber im Groben geht es quasi um Avery, die ein Milliarden Erbe geerbt hat, kann man das so sagen, und sie muss halt quasi, um das Erbe zu bekommen, muss sie quasi ein ganzes Jahr lang in dieser Villa quasi leben, heißt das Villa, beziehungsweise in diesem Haus von diesem Tobias Hartorn, 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 keine Ahnung, so hieß er, leben und dort leben eben auch seine vier Enkelsöhne und dieser Tobias hat halt eben Rätsel geliebt und sie müssen halt sehr, sehr viel rausfinden und sowas und ja, ich mochte den ersten ganz gerne und bin jetzt eben bei dem zweiten, dafür, dass ich eigentlich keine Zeit hatte, bin ich eigentlich ganz gut vorangekommen, ich bin bei Seite 156, ist fast die Hälfte, also, man kommt ja auch sehr, sehr schnell durch, weil es immer sehr, sehr kurze Kapitel sind, was ich sehr gut finde und ja, ich mag es ganz gerne, es ist jetzt noch nicht überaus spannend, sage ich mal, also es sind schon noch sehr interessante Details ans Licht gekommen, aber es ist jetzt noch nichts groß krasses passiert oder so, deswegen, ja, aber ich mag es trotzdem ganz gerne. Bei mir ist immer das Problem, wenn ich immer bloß so jeden Abend eine Stunde lesen kann oder so, dann nervt mich das total eigentlich bei einem Buch, keine Ahnung, ich muss so ein Buch halt eben auch so am Stück lesen oder innerhalb von zwei Tagen, aber das klappt halt gerade nicht, deswegen hatte ich erst noch überlegt, ob ich mir es fürs Wochenende aufhebe, aber wie gesagt, dadurch, dass das so kurze Kapitel sind, kommt man immer ganz schnell durch und heute ist ja schon Donnerstagabend, ich gehe morgen nochmal den ganzen Tag und am Wochenende habe ich frei, da will ich das auf jeden Fall beenden und es kamen auch noch zwei sehr interessante Bücher bei mir an, ich muss mal gucken, ich würde auf jeden Fall voll gerne Vlogs dazu drehen, weil es halt, also Lesevlogs, weil es halt eben, Neuerscheinungen sind und so, mal schauen, aber ich glaube, der könnte schon sehr lang werden, ich glaube, ich lese nur noch dieses Buch und sage euch was dazu und dann werde ich einen neuen Lesevlog starten oder so und ja, das ist jetzt erstmal das Update, aber ich habe jetzt noch ein bisschen was zu tun und werde heute Abend noch ein bisschen lesen und melde mich wieder, wenn ich eventuell fast durch bin oder so. bin fast durch, ich habe noch ungefähr 70 Seiten, dann bin ich durch, die will ich jetzt auf jeden Fall durchziehen und beenden. Ich habe jetzt ein paar Stunden nicht gelesen, weil ich noch unterwegs war, heute Wochenende und ja, ich mag es jetzt oder ich mag es mittlerweile wieder sehr, sehr gerne, es ist auf jeden Fall wieder sehr spannend geworden, sehr interessante Dinge sind ans Licht gekommen, wo ich mir so dachte, okay, das Problem ist bloß, sich das alles zu merken, weil es ist wirklich schon sehr, sehr viel, was da auf einen Input im Gehirn ist, deswegen, ja, muss ich mir danach auf jeden Fall wieder Notizen machen, wenn dann der dritte Band im November, glaube ich, rauskommt, dass ich dann noch Bescheid weiß. Ja, auf jeden Fall werde ich jetzt weiterlesen und da denke ich mal die letzten 70 Seiten jetzt erstmal beenden. Ich wollte mal meinen Lesevlog beenden, denn ich habe schon längst wieder einen neuen angefangen und habe total vergessen, weil die Woche so stressig war, dass ich diesen noch gar nicht beendet habe und zwar hatte ich, also wir haben mittlerweile schon wieder Donnerstag, ich habe aber am Sonntag dieses Buch hier beendet und ja, ich muss sagen, ich mache das sehr, sehr gerne. Es ist jetzt kein Jahreshighlight oder so, aber es ist trotzdem sehr, sehr spannend, auch wenn es teilweise sehr, 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 sehr verwirrend wird, finde ich, was so die Familienverwandtschaftsverhältnisse angeht. Ich kann jetzt natürlich nicht so viel verraten, weil es dann einfach spoilern würde, aber da muss man wirklich schon genau drauf achten, was man da liest, sich das merken und am besten für den nächsten Teil noch notieren, weil bis dahin habe ich das komplett vergessen und ja, aber sonst mochte ich es sehr gerne, bin jetzt auf jeden Fall gespannt, was noch im dritten Band kommen soll und ja, obwohl eigentlich trotzdem für mich irgendwie noch ein paar Fragen offen sind, deswegen bin ich gespannt auf den dritten Band, freue mich da auch mega drauf, der kommt glaube ich im November und ja, wollte dann diesen Lesevlog hier beenden, denn ich habe schon wieder einen neuen gestartet mit weiteren Neuerscheinungen, die ich gelesen habe und hoffe euch hat dieser Lesevlog gefallen und falls das der Fall sein sollte, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen und dann sehen wir uns hoffentlich zu meinem nächsten Video wieder. Tschüss!